Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu 7 days to die mit mir den Kami in der Worsakmod und an Sachen machen. Immer unsere Base, also unsere zweite Base und ich habe vor mir dies zu bauen. Das Problem ist, da täte mir vielen ganz genau ein Buch. Jetzt habe ich nicht die Vermutung, aber vielleicht habe ich das Glück und finde hier nebenan, dass da schon was respawned ist. Ich weiß das noch nicht, dann könnte ich mir nämlich Benzin herstellen. Dann bräuchte ich das nicht mit der Stahlpicke, die ich mir herstelle, herstellen, sondern ich könnte da, obwohl ich könnte ja eigentlich auch in die Stadt rein gehen und dann da nochmal mein Glück versuchen. Wir haben jetzt 12 Uhr, es müsste auch möglich sein, so auf der Schnelle noch das eh eine Buch zu finden, dass wir uns die reinschalten können. Ich spare mir jetzt erstmal den Benzin, weil ich nicht weiß, ob das so funktioniert. Also, wir werden sehen, wir werden sehen. Das Schöne ist, die ist Villa am Start und die ist repariert am Start. Yo! Das Problem ist, wie gesagt, wir sind hier schon ein oder zwei Mal dran vorbeigelaufen. Und 7 days hat das Problem, sobald irgendwas zu lange, nee, nicht zu lange dauert, wenn man da ständig dran vorbeigelaufen tut, dann sagt sich das Spiel, nö, ich hab da Trinken verhessen. Ich hab mir doch Trinken hergestellt. Gut, egal. Ähm, die sind ja auch schon da. Dann muss doch auch hier, äh, Loot vielleicht bei uns haben. Das geht doch sonst nicht. Das wär ja dann recht, wer, das. Geh mal wieder raus. Wir kennen ja den Spiel, äh, das Spiel. Die haben da zugelernt. Es existieren zwei Wege, jetzt wissen sie das. Äh! Falscher Weg. Aber wie gesagt, erstmal Schrotze nutzen. Ne? Und die andere Munition erstmal sparen, weil wie gesagt, wir können uns ja Munition herstellen. Achso, Rombo. Ich hab ja da Sachen in der Mache. Also ein bisschen rumballern können wir ruhig. Äh, gut. Ich brauch ja bloß in die nächste Etage, um zu gucken, ob das da respawned ist. Wohl brauch ich aber, dass wir unten gucken, ne? Ey. Das ist genau auf das, was ich gewartet hab. Wir können hoch uns durchballern. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Vor allen Dingen, das sieht gut aus. Weil da hatten wir ja noch ein Problem. Das ist ja schon mal gelöst, wa? Schade, das ist das nicht. Das ist das nicht respawned. Aber so ist es hinten mal. Na, hier mal schnell hochgucken. Also rein theoretisch müsstet ihr... Aber wir waren hier letztes Mal schon oben gewesen. Da kann nicht sein, dass die sagen, nee, du... Du warst schon hier. Du siehst ja mal ugly aus. Aber ugly von der Judenseite. Also wegen Zombiespiel und so, ne? Ja, ja. So, nächste Etage. Reizüberflutung. Das kann doch ja nie sein. Hallo? Das ist zu schnell. Oh, die kommen ja jetzt auch da durch. Das ist ja jetzt alt offen. Weil ich sehe, die sind nur sehr geschillt. Sehr langsam. Kann man kopsen. Na, dann kommen sie mal. Der ist weg. Der ist weg. Alles offen, los. Was muss? So, wie gesagt. Nachladen. Und ich kann ja nur umzweifen. Auf unsere gute Kniffte. Die werden richtig rammert zusammen machen. Aber die sind ja alle tiefen gefehlt. Also hier ist ja auch alt die Spawn. Also rein theoretisch müssten die Bücher oben auch alle Knorkeler sein. Also wir werden wahrscheinlich auf unsere Bücher kommen. Das ist, äh, der Ding. De Ding, wat ik plane. Na, den kommen sie mal. Achso. Hallo, sie. Haben sie wat verloren, oder wat? Willst man ja nicht. Und vielleicht find ich ja auch die anderen Teile, die mir so fehlen. Oh, dann sollte ich mal die Küche richtig durchsuchen. Weil wie gesagt, mir fehlen ja auch noch Sachen, wat, äh, die Bauern-Quest angeht. Haben wir schon, haben wir schon. Aber ein Mick trotzdem danken dann. Dat is jut. Wat? Ne, so jut ist, dass ik wieder überladen bin. Fast. Aber dat is ja auch in Dauerzustand, dat wisst ihr ja. Hallo, sie. Kommen ich ihnen mal entgegen. Jetzt bin ich ja schon wieder raus hier. Jetzt ist er auch schon wieder runter. Jawohl. Also, alles wieder zurück. Folgen sie mir. Ich kenn mich hier aus. Also, wenn ich den Weg finde. Achso, der war ja hier durch. Äh, genau. So. Jut. Da steigen wir auf die Knifte, weil... Ja, Bums. Genau. So, jetzt muss ich erst mal kicken. Die werden von da kommen. Wenn's soweit ist. So, na, dann kommt mal. Wo ich dat mit Schurze hochgeschafft hatte. Ach, geht dat schon wieder los. Warum schaffen die das nicht um diese Ecke do rüber? Ja, gut. Wie gesagt, in diesem Moment zu laden ist... ...schon schwierig. Hallo, sie. Wolltest du hier ranschleichen, oder wat? So nicht, Freundchen. So nicht. Helf dir mal runter, wa? Ey, die kommen die... Ich glaub, die haben ein Problem mit der Tür. Die sind total... ...anti-Tür sind die. Ich mach' den einfacher. Also, noch einfacher kann ich den... ...un ihn machen. Oh, ich krieg's euch wieder. Was? Äh, wo waren die da? Da. So. Ja, gut. Jetzt sieht man davon aus, dass wir eh ne Buch finden werden. Und dann haben wir noch auf dem Dach... ...juden Loot. Ach, weißt du was? Ich fließ die durch, weil sonst... ...lob ich nicht, dass wir mit dem Platz hinkommen wären. Nicht wahr? Obwohl es alt gut Cache ist, war aber... ...gut. Ich hab mich entschieden. Ähm. Da ist wat, wat ik übersehen hab. 20.000 Mal, wo ik hier drin war. Da oben ist nämlich noch... ...ne Kiste. Wie kann dat passieren? Na gut, die brauch ich jetzt nicht durchsuchen. Boah, ne? Ah, zum Glück haben wir noch in zwei Regale. Also, langsam so. Das sieht fast so aus, als ob die mich... ...erhören wollen. Oder das ist im letzten Schrank. Als Überraschung. Na, ich sammle... ...erst mal hin. Erst mal hin sammeln. Erst mal hin sammeln. Oh, gucken sie mal da. Noch eins. Na, sowas aber auch. So, ähm... ...leute. Hallo. Ah, er hat Durst, wa? Und Hunger. Ma, ich spür mich mal kurz das hier hinter. Ja, Käffchen bringt so was. Ja, gut. Hier ist noch ein bisschen Pipi-Wasser. Und ich spüre schon wieder eine leichte Überfüllung. Aber bloß ganz leicht. Es ist ein... ...üps... ...ein einzig Buch, was ich suche. Ist denn die Möglichkeit... ...und ich hab grad ein Buch eingesammelt. Das muss ja schon vorhanden gewesen sein. In meinem Invent. Ach, hier sind ja noch ein paar andere Rezepte. Hm. Ah, hier sagt Scheiße. Hier sagt... Ich weiß, dass das Cash ist, aber... ...ich brauch jetzt erstmal den Platz. Weil da oben ist ja auch noch Stuff. Oh, Schallis. Schallis sind jetzt auch machbar. So. Das Letzte. Das ist jetzt nicht befriedigend. Aber gut. Ich wollte das nicht, aber... ...ich hab damit gerechnet. Aber vielleicht haben wir doch noch eine Möglichkeit. Ja, wie gesagt. Ist denn ich holz mit, oder wat? Ich holz nie aus, oder wat? Ne, nehm ich nie mit. Obwohl, warte mal. Äh, hab ich auch ne Jamelfläge so drinnen? Ah, singi. Brauch ich zwar zum Sachen bauen. Oder ist irgendwas Blitze jetzt? Da wird gleich wat zittern. Die Frage ist, bin ich it? Oder oben ist ne Tasche? Ah, Shihus. Shihus brauch ich nicht. Also, wo ist denn da? Da hat doch irgendwas gezittert. Habt ihr doch auch gesehen. Da war doch irgendwas mit Blitzen. Nimmig, nimmig. Klein machen. Nimmig, nimmig. Gut, das ist jetzt, äh, nicht so bis jetzt, äh. Wie weit geht denn noch mal oben? Ging ja noch zwei Meter, ne? Achso. Gut. Äh, warten sie mal. Hä? Achso. Nee. Oh. Nee. Oh. Oh. Das ist auch noch ein Bücherregal. Ah, aber leider auch nicht das Verfahren wollten. Ah, so weit aber auch. Warte mal jetzt so hier durch, ne? Gut. Hab mir sparen können. Also nicht. Muss ja sogar so hier lang. Äh, dütü, dütü. Lassen. Das reicht nicht. Da muss ich hochkrauchen. Ist schon nicht schlecht, aber nicht das Verfahren, Freunde. Immer noch. Es geht weiter nach oben. Oh, ich bin gespannt, was mich da oben erwartet. Aber da haben wir ja denn quasi, äh, Pfeil und Bogen. Und übrigens hier ist ja auch Papier oder so, aber ich will das jetzt ja nicht. Wo ich das mitnehmen müsste. Ich war mir nicht so sicher, ob die wirklich tot ist. Äh, ja. Schön. Es hat sich noch, es bewegt sich noch. Es ist noch nicht tot. So. Haben wir alles schon. Alter, was ich, wenn ich das alles verkaufen würde, aber dann müsste ich dreimal so großen Rucksack haben. Aber ich weiß, ich werde das Buch kriegen, was ich suche. Wahrscheinlich ganz oben. Bitte lasse das ganz oben wenigstens sein. Warte mal, ich kann ja das essen, wa? Ist das nicht hoch? Fischigkeit? Nahrung geht hoch? Nee, nur die Nahrung. Wäre auch ein bisschen komisch, wa? Ganz bald. Eigentlich müsste ich das rausnehmen, weil sonst erneuert sich die Sache ja nicht, aber... Ich bin so depuriert. Ich kann das nicht rausnehmen. Nee, es ist keine Kiste. Nee, es ist keine... Hallo, hallo, ich muss hier durch. Kniff den Anschlag. Na, dann kommen sie mal. Hier, warten sie mal hier, dann kann wenigstens eine Schwandilten kommen. Ist ja auch nicht so viele unterwegs. Warst du schon tot? Ja. Ich komme euch entgegen, Mädels. Nimm ich, nimm ich, nimm ich. Wie gesagt, normalerweise muss ich das alt ausleeren, dass da was spawnen tut. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja jetzt so, dass der trotzdem respawnt. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann werde ich irgendwann mal hier hochlofen und muss die ganze Sache selbst nochmal nachruhlen. Oh, sieh da oben. Was soll denn, Dieter? Hallo, sieh! Kopf zu! Da ist noch was. Das hört sich immer so an, als ob die gleich neben mir stehen. Also, gleich. Hallo! Grüezi! Was ist denn? Ach, da! Ist sie, mein Dick. So, jetzt muss ich hier hoch. Äh, gut. Und dann gucken wir mal, dass wir die Vögel... Sag mal, hab ich... Ey, Beutzen habe ich ja auch nie rausgenommen. Hallo? Vielleicht muss die Vögel wegballern. Und die Dudes, wenn sie noch auf dem Boden liegen. Nochmal. Ich hasse es. So, wie gesagt, schöne Papier, aber steht jetzt gerade nicht auf meiner Liste. So, ich versuche mal ranzuschleichen. So, jetzt sehe ich das nicht. Down. Aber das sind einige Vögel. Und Dudes. Das ist der Nächste. Da ist der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste. Kitter. So. So, und jetzt seht du... Fohre. Gut, das war's gewesen. Jawohl. Äh, kommen sie mal. Wir klären das lieber so. Immer noch nie? Ja, gut. Kann doch mal nachleben. Ist leiser. Ist für mich besser. So. Ist das jetzt ein Vogel oder was ist das da? Ja, das ist ein Vogel. Ein toter Vogel. So, da ist Mutschen. Da ist nochmal Mutschen. Warten sie mal. Genau. Ist, äh... Ja, gut. Sie ist sehr gelenkig. Wartet jetzt alle. Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ich packe mal den Großen aus. Mir war so, als ob hier noch so ein Feuerdud war. Nö. Alle niedergewalzt. Und? Äh, nein. Äh, nein. Aber ein Helm. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Also, Swathelm. Oder ein Armeehelm. Das ist besser, als was ich jetzt aufhabe. So, gut. Das ist aber nicht das, was wir haben wollten. Aber gut. Ähm. Kann ich auch gleich so rin schmeißen. Meißen. Äh, so. Einmal trinken, dass ich Wasser so trinken kann. Denn eh mal dette. Und ne Lampe. Die muss ich da drüben rausbauen. Ähm. Was hat, was gibt der? Der hat auch bloß drei Felder. Naja, gut. Dann haben wir endlich einen vernünftigen Helm. So, und den denn noch reparieren? Denn. Nein. Das Lämmchen muss da erstmal hinaus. Lämmchen. Lämmchen. Obwohl, warte mal. Das müsste eigentlich hoch raus. Das müsste verbessert werden. Ach so. Da ist ja noch ja eine Stirn in Sachen Rüstung. Ah, irgendwie. Das ist halt. Dann wird immer das Wasser raus. Dann muss ich mir die nächsten Helm schnappen. In dieser Richtung. So. Reparieren. Rennen. Aber gut. Ihr sagt. Die könnte ich ja eigentlich so weit fertig machen, dass ich die dann verkaufen kann. Das ist ja für mich wieder positiv. Also. Ne. Das Wassertrinkzeug mache ich da nicht drin. Den da drin. Farbe drin. Rucksack drin. Hallo. Ach no. Ist schon korrekt so. So. Gut. Abletten. Bücher, die ich aber schon habe. Gut. Das ist jetzt ein Reihenfall. Zwar nicht komplett, aber das ist jetzt nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Hm. Ich hätte gedacht, wir kriegen das Buch zusammen. Den ist jetzt nicht so. Aber hätte ja sein können. Wer konnte denn das wissen? Ich ja nicht. Aha. Und nein. Ich werde da jetzt nicht lang gehen. Ich werde jetzt hier lang gehen. Und da ist genau das, was ich gesagt habe. Da ist das Buch drin, was ich haben wollte. Pass auf. Naja. Fast. War schon ganz dicht dran. Ganz dicht. Ich habe es schon gefühlt. Hier ist nichts. Schade. Ich habe es schon gefühlt gehabt. Aber dann war es doch wieder nicht da. Da, wo es sein sollte. Ja. Ja. Oh. Hier sind sie. Hier ist es. Also hier. Ich spüre es. Ähm. Jawohl. Also fast. Also. Vielleicht. Fast. Kann doch nicht wahr sein. Vielleicht da oben. Nee. Ich sehe hier nur Knochen. Na gut. Okay. Da auch nicht. Okay. Denn da auch nicht. Gut. Dann habe ich mich getäuscht. Okay. Okay. Ich höre einen Bären. Ich will mich nicht beschweren. Ich höre da einen Bären. Aber der ist nur unten. Immer mit einer Arsch an der Wand. Nicht, dass er hier um den Eckgepies kommt. Und dann so. Hallo. Durfte ich mal ein bisschen auf dich rumkauen. Nur ein bisschen. Hier ist auch nichts. Ach Mann. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erwartet habe. Noch nicht mal annähernd. Schade. In dem Moment, wo ich gesehen habe, dass da unten Loot drin ist, habe ich gedacht, jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir uns die Chemiestationen und dann kommen wir günstig an Munitionen ran. Na ja. Wie gewonnen so Zaron. Na gut, wir haben ja noch gewonnen. Aber auch nicht verloren. Mach den Kopf zu. Bin deprimiert. Ich gehe wieder nach Hause. Gehe jetzt nach Hause. Mach mein Inventar leer. Und such mir eine andere Büscherei. Jawohl. Das mache ich jetzt. Na ja. Oder ob der andere Händler jetzt sich doch anders überlegt hat und vielleicht doch noch ein bisschen was hat. Man wies es ja nicht. Ich glaube es nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Ob bei Nachbarn da alt vielleicht jetzt Bord ist? Weil da könnt ihr auch... Warte, ich mach mal hier ein paar Sachen leer, dass ich ein bisschen schneller laufen kann. Hier sind ja auch noch ein paar Sachen drinne. Äh, das haben wir gleich. Nee, das bleibt bei mir. Das muss ja verkauft werden. Das bleibt doch bei mir. Das muss ja umgewandelt werden in Munition. Aber das. Naja, jut. Ich hoffe, ich hole das auch wieder raus. Nee, nee, nee. Vielleicht kann er rinnen. Jut, die Munition kann er rinnen. Das kann er auch rinnen. Das kann er rinnen. Ah, siehste. Und schon kann er will er rennen. Alles gut. Es läuft wie es läuft. So, wie sieht's denn hier aus? Hey, hier ist will er respawned. Vielleicht haben wir ja Glück. Hallo. Lassen Sie mir mein Glück. Alles klar. Mein Kopf zu. Ein Hund. Das wird hier mal durchgegriffen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo Sie. Vielleicht in so ne Schränke. Vielleicht finden wir jetzt hier in so ne Schränke genau das, was wir suchen. Jawohl. So wird das abgelaufen. Da, seht ihr? Und ihr seht, nichts. Ah, gut. Ist okay. Ist okay. Die Tür war noch zu. Was ist denn hier los? Ach so. Gene Leere. Knapp. Knapp. Ich sage euch. Das war ganz knapp. Ein Tresor. Gut, dass ich nackst oder so. Aber ich habe Dietrich hier gefunden. Da ist jetzt das Buch drin. Das spüre ich. Ich sollte damit aufhören. Ich sollte damit aufhören. Aber ich kann nicht aufhören. Weil ich spüre das doch. Ich führe doch, was das so ist. Wie ich das spüre. Aber gut. Das funktioniert ja nie. Also ich meinte jetzt gerade nicht. Ah, siehste. Ein Buch. Aber ein falscher. Ach. Ja, gut. Mein Glück kann sich auch ab und zu mal irren. Die Idee ist, dass es die selbe Tür ist. So. Es stört mich. So, da ist nichts. Naja, gut. Dann nehmen wir mal nach oben. Vielleicht ist es ja da oben. Ja. Oh, mein Kopfchen. Dann bist du auch schnell da. Äh, tot. Schnell da, tot. Oh, oh. Aber ich bin vorbereitet. Können wir nicht zwecknifeln. Was sagst du dazu? Da, seht ihr? Habe ich es nicht gesagt. Da ist jetzt Pass auf. Schade, dass die nicht nachspawn können. Das ist ja mal doof. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache jetzt eine Pause. Jawohl. Ich bin jetzt nicht mehr da. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Gut, warte mal. Vielleicht. Einen Versuch starten wir noch. Einen Versuch. Wie gesagt. Der Händler hat ja nichts mehr gehabt. Aber ich habe letztes Mal ja nicht nachgeschaut, wann der will er seinen neuen Stuff kriegt. Wahrscheinlich nach der Horde. Schauen wir noch mal schnell nach. Ja gut, wir fahren hier eh ins Wimmer lang. Das wird sich dann auch ändern. Ja, Bücherspor. Da wollte ich nämlich mit euch nochmal hin. Weil ich ganz genau weiß, dass wir da... Das wird jetzt sehen. Und guck mal, das ist ja auch da. Da, seht ihr? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Ding hin? Ich Idiot. Gut, hier kommen wir nochmal zurück. Ich sollte erst den Händler machen. Erst den Händler. Dann auf dem Weg zurück. Bist du auf der Richtige Händler? Ich sollte nämlich den Händler nehmen. Da ist der Richtige Händler. Ich habe mich nämlich orientiert auf den anderen dahinter, aber... Also, ich habe gedacht, dass es das ist, aber... Ist richtig. Ist korrekt. Ja, oder wie gesagt, der Stadt da noch ein paar Briefkästen oder so. Oder so. Weisertechnischerweise wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wir haben ja Zeit. Können wir denn morgen machen? Dann machen wir morgen eine kleine Nachtquest. Äh, Nachtschicht so. Ja, ja, warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz hier... Da sind Bücher drin, aber nicht das, was ich haben will. Nimm mir aber trotzdem. Das brauche ich nicht mehr. Also, Brutzeln kann ich ohne Ende... Warte mal, dann kann ich ihm gleich verkaufen. Ja, ja. Äh, dit weg. Dit weg. Dit weg. 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 Alter, Fahrrad 28... Jut, ihr braucht... Was habe ich jetzt verkauft? Was habe ich jetzt verkauft? Lass jetzt nicht das Schwarzpöfer sein. Warte ich gerade so aus... Ne, dit kann ich nie wissen. Das habe ich ja ausgenommen. Ach, dit ist ja hier. Oh, dit war aber knapp daneben. Habt ihr das hier sehen hier? Hä? Dit war Augenmaß, war dit da. Ich glaube, ich habe gerade in den Augen. Jut, hat er nicht. Aber... Dit hat er... Hat er 300 Schuss. 13.000. Wieso? Achso, weil ich bloß 9.000 habe. Na gut. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wasch kurz den Mikro und dit Mikro. Ich komme wieder. Ich bin bald wieder reich. Klugmittel. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, das war für heute gewesen. Ähm. Hat nie so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Aber es ist noch nicht alle Tage Abend. Ich komme wieder. Keine Frage. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.